Wir sind heute im Aircraft in Frankfurt und werden heute über das Thema Daten sprechen und über das Thema künstliche Intelligenz. Ich fand es sehr, sehr spannend, überhaupt mal zu zeigen, wie hat sich KI entwickelt, wie schnell und rasant entwickelt sich die technologische Möglichkeit. Wie setzen wir KI insbesondere im Master Data Management für eine saubere Datenqualität und als Grundlage für gute Geschäftsentscheidungen ein. Das interessiert uns natürlich auch als Unternehmen. Ich finde es super interessant, die Insights aus den einzelnen Cases zu hören, wie andere Unternehmen mit Daten umgehen. Ich denke, für die Kunden ist es eine Riesenchance, sich untereinander kennenzulernen. Die kommen aus so vielen Branchen. Wir haben so viele Ideen jetzt auch in den Vorträgen gesehen, wie man die Data Quality Server nutzen kann, um seinen Vertrieb zu verbessern. Und ich glaube, das ist auch eine Riesenchance für die Kunden, um mehr Ideen zu entwickeln, um ihren Vertrieb zu verbessern. Das war die friend auch in den Vorträgen.